1000 Dyson, 5 Diamanten, Emerald, die mir eigentlich egal sind, aber... Hallo Freunde! Hallo! Oh Alter, hier ist mein Enderman in deinem Haus. Voll geil. Nee, voll geil. Was macht er da? So, Blumentopf, wir müssen Lehm sammeln, aber ich weiß nicht, wo es genau ist, wo es das Lehm gibt. Irgendwo im Wasser. Im Wasser, ne? Aber es ist gerade noch, das ist gerade unpraktisch, da einzugehen, aber es wird klar. Und ich bin immer noch weiter am Buddeln in der Mine, also bin mittlerweile nicht mehr in der Mine, bin jetzt schon in der Höhle. Und mehr Emerald, brauche ich nicht, aber ich nehm sie trotzdem mit. Was? Was ist in so einem Hausflur, wenn man so reinkommt in der Eingangshalle oder im Eingangsraum? Rezeption. Aber das ist ja kein Hotel, das ist ja mein eigenes Haus. Achso. Ich dachte, du bist noch beim Dings. Ja. Naja, Flur halt. Kleiderstände, ein kleiner Beistelltisch, wo Sachen halt drin sind, halt alles, was ihr im Flur habt. Schuhschrank. Schuhschrank. Das ist halt auch alles. Das ist halt alles schwer zu bauen. Was du halt so alles im Flur stehen hast. Ich mag es immer so relativ grün. Na dann machen wir Pflanzereien. Habe ich ja schon. Ein paar aber, mir fällt schon mal ein, Freund. Ja, du schaffst das. Dann machen wir hier ein paar Druckplatten, da können wir schon mal ein paar Tüche bauen. Ein paar Tüche. So, noch mehr Eisen, noch mehr Eisen. Ich höre einen Huhn. Warum höre ich einen Huhn? Oh, Crambo Games, die Rückkehr. Oder Evil Chicken. Äh, nein, so bin ich immer noch. Kennst du das Evil Chicken? Ja, kenn ich. Hm. Lass mal hier das Wasser abstellen. Das nervt mich ja mal sowas von. Ich mach das einfach. Naja, naja. 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 Ich bin nicht so zufrieden. Ich muss ein Belohnung arbeiten. Oh, Emerald. Soll die die auch selten sein? Warum finde ich die so oft? Gib dir mal lieber Diamanten. Oder Freunde. Diamanten. Ja, Diamanten. Ja. Aber erstmal das Eisen. Einsam. Jetzt werden wir gleich sehen wie, äh, werden wir gleich hören wie viele. Alles klar. Ich werde laut mitzählen. Okay. Eins. Halt. Zwei. Drei. Vier. Fünf. 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 Diamants. Fünf. Schonmal sehr gut. Ich muss noch kurz ins Default-Texture-Back umschalten, weil ich nicht weiß wie Clay, äh wie Dings aussieht. Und Shader vielleicht mal ausmachen. Seht ihr Leute so gut aus aussehen, wenn ich ohne Texture, Alter. Na Shader, Shader im Dings steht eigentlich auch ganz gut aus. Ohne Texture-Back. Aber hier ohne Texture-Back, ohne alles. Ach so. Einfach nur pures Minecraft. Pures Minecraft. So wie es damals wirklich war. Hm, ja. Aber die haben ja mittlerweile auch schon wieder Texturen verändert und alles. Na ja. Oh, hier ist ein Witch. Was macht hier eine Witch? Bisschen Lehm. Oh, jetzt bin ich ohne. Oh, ernsthaft. Jetzt bin ich gepäußt. Ton ist das. Oh Gott. 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 Es, 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 es. Oh, scheiße, 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 scheiße. Du hast noch in dein Bett. Jetzt hörst du. Jetzt hörst du. Jetzt hörst du. Jetzt hörst du. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. an. Jetzt hab ich erstmal langsam Shader rein. Sieht schon mal ganz okay aus. Jetzt kommt das Textureback noch und dann ist alles wieder im Lot. Ihr braucht euch hier nicht so. Ich habe ja noch ein paar andere Texturebacks. Neue, die kann ich euch auch mal zeigen. Scheiße, ich muss jetzt erstmal noch die Stelle finden, wo ich verrückt bin. Fuck. Ich hab den Weg nicht gemerkt. Scheiße. Oh oh. Auf dem Weg. Hier kann es nicht gewesen sein, weil hier ist noch Eisen. Ja, aber ich hab ja kein Zeug. Ja. Oh oh. Muss man tun erstmal brennen? Ja, ich glaube. Ja. Ach, das rotz. Erntemaschine könnte man mal wieder ernten. Ich hab die Tiere gar nicht gefüttert. Weil ich erstmal genug Essen hab. Da kann man sich nicht so tun. Au. Immer den Fackeln nach. Hier ist es schon mal nicht. Alles klar. Fuck, 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 fuck. Ich muss irgendwo nach unten. Ich hab keinen Plan mehr, wo ich langgegangen bin. Wir haben nur noch sieben Holzkohle. Also Kohle. Was hast du, wenn ich keine Kohle mehr mitbringen dann? Du ruhigst doch dann bestimmt Kohle mit. Ja, ich versuch's. Geht mir nicht auf. Ja, 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 scheiß Zombies. Ups. Lassen wir das mal braten. Überlegen wir uns schon mal, was wir dahin klatschen können. Okay, hier sind nochmal Emeralds. Das ist sehr gut, aber das interessiert mich nicht. Fuck, ich hab absolut keinen Plan mehr, wo ich... So, Blackout. Wo ich war. Da wär' jetzt mal dein Mod sinnvoll mit dieser Map, weißt du, wo du dann auch noch siehst, wo du verreckt bist. Das wär' sinnvoll. Die streiten sich auch schon wieder die Geist, ob das Hack ist oder nicht. Ja, ist mir egal. Ich find' ihn sinnvoller und deswegen find' ich ihn gut. Leute, die das... Leute, die das mir haben wollen, die... Die machen den einfach aus. So einfach ist das. Ja, und die wollen das nicht bei dir sehen. Ja, dann gucken sie's bei mir, ne? Ja. So, nochmal vom Anfang. Das ist vielleicht irgendwo runter gebaut. So, hier sieht's gut aus diesmal. Hier sieht's diesmal gut aus. Ich war einfach, glaub ich, im falschen Abschnitt der Hölle. Hier, hier ist wieder das Huhn. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das Huhn. Da ist die Lava vor uns. Da ist die Lava vor uns. Ja, dann... Hier ist ne Blume. Die stande vor uns auch hier. Und bin nicht hier lang. Hab' gesehen, dass hier nicht weiter geht. Bin wieder hier hoch. Und bin dann hier lang gegangen. Hier runter. Eins noch machen wir, ja. Mittlerweile müssen wir die Tiere gar nicht mehr schlachten, weil wir uns jetzt unendlich viel Brot herstellen könnten. Unendlich? Ne, nicht unendlich, aber übs viel. Keine Ahnung, wie viele Stacks das jetzt sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Stacks. Beide zusammen. Fuuuck. Ich weiß nicht, kein Plan mehr, wo das war. Finde das lieber. So richtig schlau. Ja, du Scheißgeleid, gehen wir nicht auf die Eier. Jetzt bin ich ja schon wieder hier. What the f... Jetzt kann ich schnell rennen. Alles keinen Sinn mehr. Ja, nach oben bin ich nicht gegangen, oder? Ach ja, und wir kennen John, let's play in real life. Ja. Das wird dann befreundet. Ich kenne ihn relativ gut im Privat. Wir wohnen zwar nicht gut in der Nähe, aber wir haben schon öfters mal was zusammen gemacht. Wenn wir mal bei dem sind. Ja, du weißt doch welchen John, let's play ich grad meine. Ja. Okay, mit dem Scalyboard. Ja. Ach, ach so. Ja, gut. Jetzt weiß ich. Na jetzt. Jetzt hab ich's gecheckt. Ja, das ist doch der Originale. Der wohnt doch in der Nähe hier. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Der sieht wirklich so ein Typ aus, der hat so lange Haare und so. Der sieht so aus, als er hat schon ein Display, weil der so aussieht wie so ein Richard Zocker, der immer den ganzen Tag nur unterstübert. Obwohl er eigentlich bestimmt relativ aktiv ist. Obwohl er bestimmt relativ aktiv ist. Draußen. Und man kann nicht irgendwie... Fuck. Man kann aber bei dem irgendwie nicht identifizieren, aus welchem Land da kommen könnte. Ja, das sieht aus wie alles. Die Leute stellen sich das grad vor und denken wieder, hä? Jetzt geht doch mal verkackt und mal aus der Tür raus und pack dich und immer wieder da rein, du Scheiße. Ohne Spaß, ich will meine Sachen wieder haben, aber wie ich seh da, wie ich schon lange wieder hier da dran bin, werde ich sie wieder wieder kriegen. Geht doch schon mal wieder richtig auf die Eier. Das war so viele steile Scheiße und ich hab keinen Zack, um hier neue Sachen zu machen, um das wieder neu zu machen. Das ist doch scheiße, wenn man immer wieder sterben muss und immer wieder. Alter. Das war schon wieder hier. Auch von hier wär's ich nicht mehr, wo ich weitergegangen bin. Alter, das geht halt. Dann wär's praktisch hätt ich jetzt aufgenommen. Dann wär's jetzt einfach eiskalt in die Aufnahme geguckt. Hättest du die schnell beendet, oder was? Und du wärst halt einfach in die Aufnahme geguckt. das muss irgendwo hier gewesen sein irgendwann hat mich hier so eine verkackte witch angegriffen vielleicht hat die das aufgesammelt ins abgang wir sind wahrscheinlich schon zehn minuten ist wahrscheinlich schon vorbei und ich fühle mich schon mal wie lange die folge schon geht ich hab's nicht so mit dem timer aber nächste folge jetzt bin ich schon wieder hier was muss ich verarschen schon wieder an der einstelle dann kann ich noch vergessen mein zurück wieder zu kriegen toll komm ich jetzt nach hause weißt du die koordinaten ja aber ich hab ja nichts um mich zu verteidigen ich hab ja nix ich hab ja nimmer essen also ich kann ja nimmer sprinten ich hab ja nix um die scheiß zummis zu kennen städte wird aus brot her aus dem ganzen weizen warte machen das sind so wie man schüttt jesundheit ja jetzt gibt es ja ja ich hab die stelle gefunden wo ich ungefähr gestorben bin aber ich kann mich hier auch nix genau umsehen wenn ich ständig schon überall auf die fresse bekomme und jetzt kann ich mich schon wieder bewegen wegen dem scheiß lecken beim miespawn ach das geht schon wieder sowas von auf die eier mh und dann ist das fuck mal da tausend eisen fünf diamanten emerald'e die ihm ja eigentlich egal sind aber Auf wenigstens kann ich jetzt wieder rennen. Es ist sehr schön. alles weg ich glaube ich bin sogar an der stelle wo ich ungefähr gestorben bin aber ich weiß nicht mehr genau wo und wenn dann sind die sachen wahrscheinlich eh nicht mehr der gemäß auf die eier du scheiß spinne ich hab zu tun das ist jetzt ärgerlich die ganzen schienen auch noch jetzt gehen wir nicht auf die eier ja komm hier lass mich in Ruhe ja jetzt kommt da noch ein skelett genau so dass ich überhaupt nicht suchen kann es hat gerade draußen geblitzt oder irgendjemand hat ein scheiß foto gemacht das einzige was ich noch habe sind ein paar zombie gehirne und irgendeinen scheiß den ich hier in die kiste getan habe den ich nicht brauche oh oh soll ich mal aus dem fenster gucken was da los ist oh oh ich mach es jetzt weil ich sterbe ich wünschte ich hätte meine verkackten sachen in die truhe gepackt dann wären die wenigstens safe ein paar also wie ich festgestellt habe ist es kein blitz gewesen so ein mongo der mit seinem fahrrad die lampe irgendwie keine ahnung geschafft hat hier hochzuleuchten und da werde ich jetzt mal die folge hier naja mein zeug ist eh schon weg ich soll schnell jetzt nach hause kommen ich habe keine lust den ganzen weg zu laufen ohne was zu haben aber ich habe auch nichts um hier neue sachen zu machen oh oh freunde das sehen wir alles in der nächsten folge ob er es schrauben wird tschüssi tschüss tschüssi 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 Vielen Dank.